Endspurt in Utopia. Vor nur mehr drei Monaten hat das Miniatur Wunderland allen im Bundestag vertretenen Parteien ein Quadratmeter Land gespendet und sie aufgefordert, den Menschen zu zeigen, wie Deutschland aussehen würde, wenn sie es selber gestalten könnten. In zwei Wochen wird die Ausstellung geöffnet. Das haben die Grünen zum Anlass genommen und mit ihrer Spitzenkandidatin, Katrin Göring-Eckardt, den letzten Feinstoffern ihrem Modell vorzunehmen. Wir haben Frau Katrin Göring-Eckardt hier bei uns aus Berlin und wir haben Frau Heiduck und Frau Fegebank hier aus Hamburg und sind ganz gespannt, ob wir gleich richtig einen auf den Deckel kriegen. Wir haben zwar immer den Konsens gesucht, haben viele Bilder nach Berlin geschickt, haben auch Besuch hier aus Berlin regelmäßig gehabt, haben sozusagen dieses Modell weiterentwickelt, aber heute bin ich gespannt, was wir noch alles verändern müssen. Die vielen Einzelheiten und Szenarien, die symbolisch für die Kernforderung der Parteien stehen, sind in einem Austausch zwischen den Modellbauern und einem Gremium der Partei entstanden. Interessiert begutachtet Frau Göring-Eckardt die Ergebnisse wochenlanger Feinarbeit. Eins gefiel ihr besonders. Also meine Lieblingsszene auf jeden Fall ist die Ganztagsschule, die auch sehr zentral steht, die auch so ein bisschen ein Mittelpunkt ist eines städtischen Lebens in dem Fall und das kann man hier sehr gut sehen. Dass jedoch nicht alle Wünsche zu voller Zufriedenheit erfüllt werden konnten, zeigt sich an kleinen Details. Mir fällt natürlich auf, in dieser Fabrik ne, da arbeitet keine einzige Frau. Können wir das vielleicht noch ändern? Also ich meine, es macht den Eindruck, als ob das jetzt ein Männerberuf wäre plötzlich, Maschinenbau. Unbedingt. Ich finde da muss noch was dazu, genau. Im Großen und Ganzen war die Delegation der Grünen allerdings sehr zufrieden. Alle wesentlichen Punkte des Wahlprogrammes für 2013 haben ihren Platz auf dem Quadratmeter Utopia gefunden. Das kann man hier ja ganz gut sehen. Also die 100% erneuerbaren Energien, die wir anstreben bis zum Jahr 2030. Natürlich mehr Zusammenhalt, mehr Gemeinsinn. Beispielsweise mit einer guten Kinderbetreuung, für alle Kinder mit Ganztagsschulen, mit einem Ende der Zweiklassenmedizin, also einer Gehörerversicherung, mit einem Ende der Massentierhaltung. Hier haben die Kühe und die Hühner tatsächlich wieder Auslauf und können artgerecht leben. Man kann sehen, wo es um bessere Arbeitsbedingungen geht. Also ein Ende des Niedriglohns hin zu einem Mindestlohn. Und man kann sehen, was die Zukunft ist. Also die Zukunft wird nicht sein, immer mehr Rüstungsexporte, sondern wird sein, Konversion im besten Sinne des Wortes. Hier wurde aus der Rüstungsfabrik beispielsweise ein Baumaschinen. Die Spitzenkandidatin der Grünen legte aber auch selbst Hand an und verebigte sich in dem Diorama. Im Anschluss an die Präsentation ließ sich die Delegation nicht davon abhalten, noch einmal einen kritischen Blick auf die Dioramen der anderen Parteien zu werfen. Parallelen und Differenzen zu erörtern, war für alle Anwesenden durchaus unterhaltsam. Jetzt heißt es für unseren Modellbau jedoch erst einmal die gewünschten Änderungen umzusetzen, bevor das fertige Diorama am 10.9. in der Öffentlichkeit präsentiert wird.